Ich glaube, die ersten 20 Millionen wirst du nicht überleben, dann kriege ich noch 70 Millionen. Alter, geil. Genau, meine Mama ruft mir auch dein Bumbe zu. Achso, nee, 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 Quatsch, nee. Aber dann gibt es halt deine Mama, ich bin schon mit 5 Millionen, wäre ich schon zufrieden. Ja, ja, schon Millionen. Ja, 5 Millionen, Alter, das reicht eigentlich. Mit 5 Millionen musst du ja nicht mehr arbeiten. Wenn ich 90 Millionen bin, dann helfen wir unsere Jungs. Ja, bloß noch über die S2, weil ich bloß noch rumschippen will. Hier gibt es so viele Sachen, die wir hier wohl anschauen. Echt? Ja, ich möchte mit dem Paar schon immer gerne nach Südamerika. Naja, gut, aber dann bringt dich auch jedes Vieh um, irgendeine Spinne an der Ecke, an der Wand, dort. Bist du ein vollobesimistischer Mensch, weißt du das eigentlich? Nein, nein, nur vorausschauend und vorsichtig. Vorausschauend und vorsichtig. Ich bleib hier in meinen vier Wänden streamen für die Jungs. Das wäre so mein Ding. Ne, aber zu Hause gefällt es mir am schönsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will eigentlich auch nicht raus. Es kotzt mich an. Nein, ob du schon... Draußen, alle verbittert, gut, aber du willst ja... Überleg mal, überleg mal, du stehst oben in Südamerika, in Peru, in Machu Picchu und du schaust nicht nach oben auf die Wolken, sondern nach unten auf die Wolken. Und du stehst in der Stadt, die fast 1000 Jahre, das muss doch Wahnsinn sein. Ja, das ist ja bestimmt auch cool und so. Achso, ich muss ja jetzt wieder konzentrieren. Ähm, ja, wahrscheinlich gehe ich bloß nicht so gerne raus, weil ich Deutschland hier... Die Flossen sind ja top. Diese alle, bis auf die Erde hängen. Jeder fühlt sich angepisst, wenn du mal... Oh, du Bixer. Wo ist denn der? Oh, der hat mich gekillt! Weil wir von Machu Picchu geträumt haben, Alter. Da waren wir nicht mehr bei der Sache. Die Meyers sind die. Ja, Meyers. Quetzalquadl, Junge, der alter... Quetzalquadl, ja, genau. Der alter Nuttenkönig, der hat... Ach, der ist schuld. Naja, dann wird das mal... Eine Spaßrunde hier. Wo hab ich den hier noch erwischt, Alter? Ach, hier, mit seiner Schrotflinte, Alter. Hat er Powermedizin? Äh, Powermunition. Das ist Rotz. Wo ist die Bombe? Rette mich, meiner... Ja, ich bin tot. Ja, und zwar auch der falsche, Alter. Das war nicht ich. Das war die Strafe von... Pichu, Machu, Pichu, Junge. Der hat dich heimgesucht. Alter, ich hab noch nicht einen Fakill gemacht jetzt. So, komm, wir gehen wieder nach links. Da sind sie schon wieder. Alter, dieser Pisspot wird so einer scheiß Schrotfliege angehen. Ja, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Wir dürfen nicht so ran stürmen. Weil der schrotet uns weg. Ja, wir sind tot, alle, Mann. Komm, explodieren, explodieren. Komm, komm, geh hoch, geh hoch, nimm ihn mit, nimm ihn mit, nimm ihn mit. Oh, scheiße, ey, 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 ey. Ärgerlicher Dreck. Was gibt's so denn? Die waren doch schon am Augenbogen. Mega fies. Naja, naja, so ein Mecker war sie nicht. Ich bin der erste. Ey, Alter. Du ziehst vom Leder, Junge. Du ziehst davon. Jetzt muss ich mich mal da hier ein bisschen... Jetzt muss ich mich mal da hier ein bisschen... ...zusammenreißen hier. Warte mal, dieser Schrotflintenhayni. Boah, warte. Ich rette deinen zarten Arsch. In wann denn? Jetzt. Alter, Mann. Ich stand doch schon hier zehn Jahre dran. Komm, der nächste. Vorsicht. Horst, hauen. Ja, wohl nichts, aber... Ich rette dich. Nimm den Bisten hin. Ach, hier. Ich kann dich nicht mal retten. Schade. Boah, 0,8. So, komm, wir gehen wieder nach links. Aber pass auf, die kommen gleich... Wir müssen ein bisschen auf Distanz bleiben. Weil der Spinner mit seiner Schrotflinte kommt. Da, der erste ist weg. Gehklipp. Wo? Oh, nein. Scheiße. Komm, wir gehen nach links. Hopp. Hopp. Gut, sehr gut. Na, ja, wunderbar. Komm, wir. Gut. Oh. Komm. Sehr gut. Ui, da, fünf verschwählen. Was geht noch? Komm her. Können wir dauern? Ja. Ja. Drei zu vier. Wir holen langsam auf. Oh, siehkönig. Super. Du machst dich. Nichts warum. Hast blutgeleckt, aber. Hast blutgeleckt. Ja, gut an den. Schafft er unsere Bombe? Nee. Was ist denn hier? Äh, er ist tot. Hier wird gerade entschärft, glaube ich. Wenn er tot will, wird es feiert. Ach so? Hm. Dann weiß ich es nicht. Ja, vier, vier. Die können sich warm anziehen. Ich bin down, ich bin down. Wohin weg, wohin weg, wohin weg. Geist. Oh, Mist, bin ich mal gekillt. Warum sind die auf einmal alle tot? Ich bin down. Oh, scheiße. Da hat die Ulti. Oh, fuck. Ja, ja. Scheiße. Ohne geht noch, oder? Hm? Ohne geht noch. Na klar, na klar. Cool, 100 Raktilin. Kriege ich den Stress. Eieiei. Basti. Man muss auch verlieren können. Das bringt Perfektion hin. Das ist eine wertvolle Lektion. Boah, komm, jetzt bin ich dritter. Ja, komm, du warst zeitlang der Erste vorne. Sieh es mal so. Ihr Schweine. Jetzt. Ihr Schweine. Du hast doch die Runde eine Weile lang geführt. Ist doch nicht schlecht. Dann geht's doch nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017